was ist jetzt hier los ist das meint was ist passiert so was ist das ein brief ich frage mich von wem er ist ja du bist wirklich schadenlos trinkst du jetzt sogar auf dem friedhof wie kann man flaschen und müll auf den grab der eigenen eltern dann lassen dieses schwein und eine seite hat mehr kultur ok das grab der eltern auf wo ist es der karte zeigen dass er lustig ist sogar exakt dieselbe karte ok lpg tolle sägewerk taddeushof annashof marktkirche flussufer gefunden von tecla die falle von casimir elektriere eigener punkt ok komisch hier funktioniert die schnellreise ist klar ist mit parzellen hier kann ich für parzellen kaufen oder so richtung abholzverwein landwirtschaft bau elektrizität ok verstehe kann ich wohl denn noch erweitern hier so jetzt muss ich über das grab aufräumen wo ist das grab der karte anzeigen da unten bei der kirche jetzt muss ich zur kirche ok wo ist mein fahrrad muss mein fahrrad schwein hier in sags mir wo ist mein fahrrad wo ist das sind holz 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 was mit dem träger kein mit dem träger fahren was ist das repariert ein traktor ok da fehlt ein rad da fehlt nun rad bei dem traktor dann könnt ihr es eigentlich fahren öffne hier sind holzscheitel drin ok ok ich müsste irgendwo ein rad finden aber gibt es ja nicht hier gibt es hier irgendwas und brachland okay das hier ist überall bretter müsste ich nachher mal wenn es alles gut wird hier pflücke ich ab schrott war das okay hier ist was drückt das nicht rein kein platz dafür ich lege das mal hier hin oder zumindest hier rein das hier werde ich mal jeden machen genau alle schöne verstauen da wird das nämlich mal ein bisschen aufgeräumt kann ich nicht weg machen stein wahrscheinlich auch nicht als dinge das kann hier bleiben ist noch mal so ein holz ich kann ein trink nein du kriegst keinen trink ja ist ein bisschen schicke hier oh ich bin voll keine gute idee aber wo steht mein fahrrad das ist echt eine gute frage mein fahrrad da liegt irgendwas hast eine waffe ist eigentlich hier hin öffne erdbunker okay das ist wie so eine art lager stehe ist nicht sofort etwas unternehmen trifft mich der schlag ja und du kriegst kein alkohol von mir kannst du vergessen hier gibt es keine ok dann machen wir das anders dann versuche ich das jetzt okay geht sogar oha 450 von 500 also es ist auch nicht mal viel ist nicht gut da ist es nicht gut ich habe da keinen platz drin naja egal so was wir hier hier ist doch was ja doch das ist doch hier so ding aber ist leider kein rad für den traktor kein platz ich kann das nicht dahin legen gut dann muss ich seit hier hinlegen kann ich jetzt erinnern so hier ist eine schippe aber auch nicht das was ich brauche eigentlich wo ist mein fahrrad doch vorhin so ein schönes fahrrad ist eine waffe haben wir auch nicht munition so ist das hier öffnen ok vorratskammer also ich habe verschiedene kann man hier so wie es scheint naja gut gehen wir mal einfach zur stadt war und träumt das grab auf was wir so angeht die verschmutzt haben sollen aber ein fahrrad ist weg bestehe nicht aber es ist wirklich exakt dieselbe karte naja was ist hier ist auch ein kaputter ding ist hier kaputter hof gibt es eine metallblatt ok aber mehr auch nicht na gut also gerade lecker also optimiert ist was anderes so jetzt gehe ich jetzt dürfen markt mal gucken ob wir hier leute finden neuer schneller reisepunkt ok ok sind wirklich tatsächlich menschen cool hallo kann ich helfe das kochen ist einfach sein du bist ein armer schlucker ich weiß was sich der für dich abendessen kocht ich mache mir sorgen dass du es nicht alleine schaffst ich erkläre dir alles es ist nicht schwer mach dir eine brühe und bringen sie zu mir zum probieren ok letztes mal habe ich dir gemüse geben aber fleisch musst du dir selber suchen ok reden es gibt niemanden wie dich in seiner geschenk schachtel ok wie geht es dir heute ich traue in augen nichts hast du mir bist du das ich dachte du warst weg nachdem deine eltern gestorben sind doch bist du hier was wäre eine tragöde tust mir so leid sie mir nicht dass du aufgehörst zu trinken und angefangen zu arbeiten ok schön dass das ganze dorf denkt du bist ein hoffnungser fall ein kleiner rat halte dich von hendrik fern ist abschauen wie kein anderer er ist erlungert immer herum und ist nie nüchtern er stinkt und sucht ärger diesen kerl gibt es nur ärger oder alkohol er wird doch er wird noch schlimm enden sage ich dir wenn ihr die polizei wäre hätten sie längst eingesperrt du kannst jederzeit vorbeikommen kasimir ich habe immer nützliche sachen zu verkaufen da meine freunde bekommen einen rabatt du kannst sie das hier vorbeikommen okay jetzt war es vorbei mit gespräch kämpfen rauchen wir eine danke aber ich rauche nicht hat das vernünftig das ist doch vernünftig so der verkauft tiere was macht er ja der verkauft fleisch hallo ok der verkauft fleisch gut kann es auch stehlen ok das macht der der verkauf mir irgendwelche dinge tiere bestimmt tiere ok als es mit tiere zu tun hat ok das macht der hier der verkauf mir werkzeuge ok kramofon schmur bestimmt fürs angeln ok 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 was wir dem ach das ist dieser kann ich lernen ja alles mitnehmen sag was hat der wodka flasche die kannst du hier bald die brauche ich nicht bitteschön ach der verkauft ihr werkzeuge handeln wir werkzeuge sehr größere gabeln ok aber das kommt bestimmt alles noch so wo ist wo ist hier die kirche da ist die kirche vor spreche ich noch mit dem typ hallo wer bist du vladimir ortsvorsteller du kannst du nicht stoppen kann ich helfen reden wir geschenkt wodka flasche apfel weil kauf verloren sind sie hast du lust hast dich auszusprechen das beschäftigt berechtigungen oha bezahlen hier kann ich strom bezahlen das ist echt teuer da brauche ich echt viel asche auf jeden fall ok aber wir gehen einfach zur kirche und räumen das grab mal ein bisschen auf wie komme ich dahinter wo ist es denn es ist nicht es ist auch nicht wo ist denn das grab das hier oder was es grab der eltern auf ok dass du meine eltern tatsächlich zu sein ok jetzt habe ich es aufgeräumt und nur wie geht es weiter reparieren ein traktor zusammenbruch sogar ersatzteile hat die teile in ihrem schicken laden johann verkauft die werkzeuge brauche aber wie kann ich sie kostenlos von ihnen bekommen hallo matthias kämpfe sollen wir in rennen machen schenkung geht zur messe ok alles in ordnung ich rede hier alle so komisch wenn er aber haben wir da aber mehr können die nicht hat dann alles gedacht das spiel so aber schade dass ich nicht dass ich nicht springen kann ja und sowas kann ich also schleichen aber ich kann nicht springen gut dann gucken wir mal was anderes taddeus ist hier hinten so jetzt muss ich aber werkzeuge kauft weil der steht ja schon wieder da will er schon wieder kämpfen du hast die kühnheit geh weg und kommt wenn ich nicht so war dann immer trifft mich der schlag johann genau war das johann johann verkauft die werkzeuge die ich brauche ok rohrzange kari an denn wir so wo brecheisen hat keine zange also muss ich zum hof das heißt ich muss erst mal dahin und dann muss ich erst mal gucken was für teile ich brauche soll erst mal die teile kaufen weil mich wundert echt dass gemein fahrrad weg ist ich verstehe das nicht aber egal ach so ich kann ja auch kostenlos den gang bekommen soll sie gar nicht kaufen das heißt ich muss eine quest machen so waren ganz kann ich helfen so ein schöner pelz für eine schöne frau ist es entscheidend das kann ich dass ich keine ahnung von der jagd habe ich ging in den wald kam mit ein oder zwei füchsen zurück wenn ich wüsste immer ein tier heute hätte ich einen schönen fuchs pelz und würde in einer ganz bestimmten schönen frau schenken warte vielleicht könntest du mir einen roten pelz weil wir diesen zu bekommen ok 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 die quest hier und dann sollte ich hoffentlich es kriegen fuchs pelz hucks pelz kärz überbauen habe ich schon verstanden ja wie es auch bau bau dings zumindest nicht dieselben zeugen und sowas alles aus da haben sie schon mal was gut gemacht aber die bretter sind dieselben die matz halt ok mal kurz und was durch hier hier gibt es bestimmt noch mehr es war j settings wo es selbst drehen ok mehr kies gibt es nicht alles klar markt durch die preislisten lpg ok dann gehen wir jetzt mal kurz jagen schauen mal ob ein fuchs gejagt bekommen oder steht da ich muss kaufen kriegt über so viel schrott hier rum guck mal ob ich vielleicht so ein fuchs finde war wie das gras ausblenden schatten der lampe sichtfeld geht aber nicht weg bildqualität sehr gering krass das steht hier ist eine mine oha diese min warum sagt mir das keiner und ich laufe hier einfach so rum lol überall min ach du scheiße und sagt mir das denn keiner hier ich laufe da einfach schön da rein in den wald und keiner hält mich davon ab okay aber so kriegt man zumindest die dings weg das gras aber wie fällt will ich jetzt nicht unbedingt ich brauche eine schon sohn fuchs ist ja auch im miedenfeld ich hoffe doch nicht da ist eine ziege aber die gehört bestimmt die mann die kann ich nicht so einfach knallen da ist ein fuchs da ist ein fuchs die laufe einfach rum okay nimm den vor ort auf okay nimm und schlau das fallen jetzt ausnehmen so gut mehr will ich nicht vielleicht reicht das schon braucht trinkt was zu trinken konsumiere und mal was zu essen so zack okay gut guck mal ob er das mir verkauft na das wäre es jetzt wo wir sehen hier hallo jetzt was wir zu machen hey wo wir zu ihnen bleibt verstehen hallo wo wir zu hin hallo warum läuft der weg das stimmt nicht mit dir was los mit euch allen was ist denn los bleibt bleibt da stehen hallo hallo bleib stehen hallo 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 herr lauf wieder zurückkommen ich will die quest bei der abgeben ja lauf über dach und dünks alles kann ich jetzt hier mit dir sprechen nein das ist glaube ich weil ich hier geschossen habe wir sollten mal kurz neu starten spiel laden so mal gucken ob sich wieder beruhigt haben ich habe geschossen und dadurch haben sind sie wahrscheinlich aufgeschreckt aber aber eigentlich sollten das nur tiere machen und nicht die also schon ein bisschen komisch hallo hallo was soll das haben die denn alle angst jetzt vor mir hä verstehe ich nicht hallo hey du bist doch kein tier ja ich kann auch diesen anwegen gar nichts was das hin bist jetzt rennen die alle weg egal wir gehen zu der deos mal gucken vielleicht ändert da so ein bisschen das also schon krass dass man die bugs sogar noch abspeichert ne so oder wir müssen vielleicht mal ganz beenden mal zum hauptmeni mal gehen wenn das spiel mal ganz und der staat ist einfach mal neu in der hoffnung dass es klappt so spiel laden ich hoffe nicht dass ich den back jetzt abgesperrt habe das wäre echt krass da kann ich mit dir sprechen alter das ist ja echt witz oder wie kann man denn bugs abspeichern junge ist egal okay wir können es probieren wir gehen zu der deos und also wenn ich denn hier wiederkomme nach der deos und das ist immer noch so das ist das spiel kaputt kann ich denn auch nicht ändern ist ja ich krass regt sie schon wieder ein wir laufen jetzt einfach ja ja also ich fand das farmers vaters zwar interessant ja aber irgendwie auch stumpf so und so finde ich das jetzt hier momentan auch einfach so weiß ich nicht irgendwie komisch halt aus Bis zum nächsten Mal.